In diesem Video spielen wir einen typischen Arbeitsablauf mit Lightroom Classic durch. Bilder importieren, sichten, schlechtes rauswerfen, ein bisschen bearbeiten, präsentieren und auch im Internet und per Handy verwalten. Es ist Juni 2020 und mein Name ist Heiko Neumeier. Ich verwende hier Lightroom Classic 9.2.1, also die Lightroom-Version, bei der man Bilder nach eigenem Geschmack auf der eigenen Festplatte speichert. Das ist also nicht Lightroom CC, bei dem die entscheidende Speicherung im Internet passiert. Wir besprechen hier nur klipp und klar einige Grundfunktionen für Einsteiger. Das ist subjektiv und es gibt hier keine Vertiefung, keine Alternativen, keine Geheimtipps. Die meisten Techniken aus diesem Video funktionieren auch mit älteren Lightroom-Versionen, wie Lightroom 5 oder Lightroom 6, und zwar bei Mac und Windows. Nur für die Online-Techniken am Ende dieses Videos brauchen Sie die aktuelle Version Lightroom Classic. Mit dem Handy und mit der großen Kamera habe ich einige Frühlingsbilder aufgenommen. Hier habe ich bereits den leeren Ordner 2020 Frühling auf meinem Rechner. In diesem Ordner will ich meine neuen Bilder dauerhaft speichern. Nun hole ich die Fotos von den Geräten auf den Rechner. Ich stecke also hier die SD-Karte in den Computer. Und da erscheint bei mir nicht gleich Lightroom, sondern ich sehe sofort ein neues Explorer-Fenster für die SD-Karte. Hier brauche ich wie immer den Ordner Dezim und dann diesen Unterordner. Ich klicke hier im Ordner von der Speicherkarte einmal auf ein einzelnes Bild. Dann wähle ich mit der Tastenkombination STRG A alle Bilder aus. Am Mac wie immer Command A. Anschließend klicke ich mit der rechten Maustaste in eins der Bilder und nehme Ausschneiden. Dann klicke ich wieder mit rechts in den Zielordner, also hier rechts in den Ordner 2020 Frühling und nehme Einfügen. Nun wandern die Bilder von der Speicherkarte in den Ordner auf der Festplatte. Mit STRG plus Mausrad ändere ich hier im Ordner die Bilddarstellung. Die Speicherkarte ist damit wieder leer und kann zurück in die Kamera. Nun schließe ich das Handy per USB-Kabel an den Rechner an. Und wieder sehe ich sofort ein Explorer-Fenster. Auch hier brauche ich einen Ordner namens Dezim. Und dann meist noch den Unterordner Camera. Ich klicke das erste Bild an. Dann halte ich die Umschalttaste gedrückt und klicke auf das letzte Bild. So wähle ich alle Handyfotos aus. Nach einem Rechtsklick schneide ich wieder alle Bilder aus. Ich klicke wieder rechts in den Zielordner 2020 Frühling. Dort liegen ja bereits die Bilder von der Kameraspeicherkarte. Und nach einem Rechtsklick füge ich auch die Handybilder ein. Der Bilderspeicher im Handy ist anschließend leer und ich kann das Handy wieder abstöpseln. Unser Ordner mit Frühlingsbildern ist komplett. Jetzt importieren wir die Bilder in Lightroom Classic. Ich starte also Lightroom Classic. Und dann ziehe ich hier den Ordner 2020 Frühling aus dem Explorer einfach über das Lightroom-Fenster. Sobald ich die Maustaste loslasse, erscheint dieser Importieren-Dialog. Gleich liest Lightroom Classic die Bilder ein. Hier oben steht ja wohlgemerkt Hinzufügen. Ihre Fotos werden also nicht verschoben, dupliziert oder irgendwo hochgeladen. Sie bleiben im bekannten Ordner auf der Festplatte und nur dort. Klicken Sie also rechts unten auf Importieren. Sie brauchen diese Importprozedur, um die Bilder in Lightroom überhaupt zu sehen. Sie können nicht einfach in Lightroom einen Ordner öffnen. Zuerst müssen Sie einen Ordner importieren oder aktualisieren. Lightroom zeigt diese neuesten Fotos nun als Miniaturen an. Auch zu erkennen hier oben links am Balken Vorheriger Export im Katalog-Bedienfeld. Wollen Sie nun sämtliche Fotos sehen, die Sie jemals in Lightroom importiert haben, klicken Sie hier auf Alle Fotos. Wir gehen jedoch nach unten ins Ordner-Bedienfeld und lassen uns dort nur unseren neu importierten Ordner 2020 Frühling zeigen. Und dabei gleich ein Tipp. Wenn Sie in diesem Ordner später außerhalb von Lightroom Bilder einfügen oder umbenennen, zum Beispiel wenn Sie direkt im Explorer etwas ändern, dann zeigt Lightroom diese Änderungen zunächst nicht an. Klicken Sie erst im Ordner-Bedienfeld mit der rechten Maustaste auf den bearbeiteten Ordner, so wie jetzt. Und nehmen Sie Ordner synchronisieren. Nun erst lädt Lightroom den neuesten Ordnerinhalt. Und noch ein Tipp. Öffnet sich Lightroom Classic automatisch, sobald Sie die Speicherkarte oder ein USB-Laufwerk an den Rechner anschließen? Wenn Sie diese Lightroom-Automatik nicht gebrauchen können, dann wählen Sie hier in Lightroom Bearbeiten Voreinstellungen und verzichten Sie hier auf die Option Import Dialogfeld anzeigen. Sichten Sie Ihre neuen Aufnahmen, werfen Sie Flops heraus. Mit der Tabulator-Taste blende ich jetzt die Bedienfeldleisten links und rechts aus. Dann klicken Sie auf das erste Bild. Und zeigen Sie das erste Bild mit der Taste F in Vollschirmgröße. Blättern Sie mit der Pfeiltaste nach rechts durch die weiteren Aufnahmen. Bei überflüssigen Bildern drücken Sie das X für abgelehnt. Damit löschen Sie das Foto wohlgemerkt noch nicht. Drücken Sie bei besonders guten Bildern das P für ausgewählt oder die Tasten 1 bis 5 für einen bis fünf Sterne. Ich breche diese Vollschirm-Darstellung mit der Escape-Taste ab und zeige Ihnen eine Alternative. Klicken Sie eine Miniatur an und wechseln Sie mit der Leertaste in die sogenannte Lupenansicht. Sie sehen ein Bild groß, die Lightroom-Bedienfelder bleiben sichtbar. Schalten Sie mit den Pfeiltasten weiter und blenden Sie Bildinformationen mit der Taste I ein und aus. Wie immer in Lightroom wechsle ich mit der Taste G wieder zur sogenannten Rasteransicht mit vielen Miniaturen. Mit Plus- und Minus-Taste ändern Sie die Miniaturengröße. Nun spiele ich die Darstellung der Miniaturen mit der Taste J durch. Je nach Darstellung zeigt jede Miniatur Symbole für abgelehnt, ausgewählt und ihre Sternewertung. Abgelehnte Fotos, wie hier, erscheinen zudem blasser. Sie lassen sich aber per Leertaste oder F-Taste immer noch vergrößern. Und ich wähle direkt hier in der Rasteransicht ein paar Miniaturen aus, die ich jetzt immer noch mit den Tasten X, P oder mit den Zifferntasten einstufen kann. Hier sehen Sie wieder schwarze Fähnchen für abgelehnt und ein weißes Fähnchen für ausgewählt. Um diese Wertungen zu entfernen, wähle ich die Miniaturen aus und drücke das U. Wählen Sie Foto, abgelehnte Fotos löschen und dann Vom Datenträger löschen. So landen die Dateien im Papierkorb von Windows oder Mac. Sie können aber auch gleich überflüssige Miniaturen auswählen, wie hier. Dann drücken Sie Entfernen oder Rückschritt-Taste und klicken wieder auf Vom Datenträger löschen. So buxieren Sie die Bilder in den üblichen Papierkorb und sobald Sie den Papierkorb leeren, sind Sie endgültig weg und Sie geben Speicherplatz frei. Wenn Sie dagegen Entfernen nehmen, bleiben die Bilder auf der Festplatte. Lightroom zeigt die Aufnahmen aber nicht mehr an. Speichern Sie eigene Stichwörter, Überschriften, Copyright und Ortsangaben in jeder Datei. Diese Angaben nach IPTC-Norm helfen Ihnen bei späteren Bildsuchen. Die Informationen erscheinen auch in einigen Online-Fotodiensten wie Flickr oder Google Fotos. Unsere Bilder hier stammen aus Bayern. Weil wir öfter dort sind, erzeugen wir zunächst eine wiederverwendbare Metadatenvorlage für alle Bilder aus Bayern überhaupt. Für einzelne Motive verfeinern wir die Angaben später noch, etwa für Blumen, Tiere oder Landschaft. Ich blende zunächst die rechte Bedienfeldleiste ein. Dort klappe ich dann oben das Histogramm weg, um mehr Platz für die anderen Bedienfelder zu haben. Markieren Sie eine einzelne Miniatur und öffnen Sie rechts das Metadaten-Bedienfeld. Dort klicken Sie in das Vorgabemenü und dann auf Vorgaben bearbeiten. Tragen Sie Informationen ein, die für alle bayerischen Motive passen, vor allem in den Feldern Überschrift, Copyright, Land, Region und Stichwörter. Die Stichwörter trennen Sie durch Kommata. Hier schreibe ich unter anderem Deutschland, Europa, EU, Bayern. Oben im Dialog klicken Sie auf das Vorgabemenü und dann unten auf Aktuelle Einstellungen als neue Vorgabe speichern. Wir nennen unsere neue Vorgabe Bayern Allgemein. Wählen Sie alle Bilder mit STRG A oder COMMAND A aus. Dann klicken Sie rechts im Metadaten-Bedienfeld wieder in das Vorgabemenü und dort auf die neue Vorgabe Bayern Allgemein. Die wenden Sie auf alle ausgewählten Bilder an. Damit haben alle Bilder bereits die Stichwörter und Einträge aus Ihrer Metadatenvorlage. Lassen Sie die gesamten Bilder noch ausgewählt. Öffnen Sie rechts das Bedienfeld Stichwörter festlegen und tippen Sie in das untere flache Eingabefeld Komma getrennt weitere passende Stichwörter für alle Bilder ein. Hier tippe ich noch Oberbayern, Tölzer Land und Frühling. Drücken Sie wieder die Eingabetaste und unten das Bedienfeld Metadaten stellen Sie von Standard auf IPTC um. Dann füllen Sie bei Bedarf noch die Felder Ortsdetail, Stadt und Bundesland, Kanton aus. Heben Sie nun die Bildauswahl mit STRG D auf und wählen Sie bei gedrückter STRG-Taste einzelne Bilder aus, die Sie weiter verschlagworten. Wir nehmen hier alle Bilder mit einer Katze. Ich klicke wieder ins Bedienfeld Stichwörter festlegen in das untere Eingabefeld und ich tippe die Stichwörter Tier, Haustier und Katze ein. Wieder gefolgt von der Bestätigung per Eingabetaste. Dann folgen bei dieser Reihe hier die Stichwörter Blume, Wildblume und Margerite. Weiter unten sehen wir nun erneut Margeritenfotos. Hier müssen wir die Stichwörter für die Margerite nicht neu eintippen. Wir können sämtliche Stichwörter, Überschriften und so weiter einfach herüber kopieren. Dazu wähle ich zunächst ein einzelnes, fertig verschlagwortetes Margeritenbild aus. Dieses Bild hier enthält also bereits vollständig alle Stichwörter und andere IPTC-Texte wie Überschrift, Copyright und Ortsangaben. Danach wähle ich bei gedrückter STRG-Taste die Margeritenbilder weiter unten, die ich erst noch mit denselben Textnotizen ausstatten will. Klicken Sie nun unten rechts auf Metadaten synchronisieren. Im nächsten Dialog entscheiden Sie, ob Sie einzelne Bereiche der Metadaten von der Übertragung ausschließen, zum Beispiel spezielle Ortsangaben. Alle anderen IPTC-Texte werden übertragen, also nicht nur Stichwörter, sondern zum Beispiel auch Bildunterschrift, Überschrift und Copyright. Klicken Sie nur noch unten rechts im Dialog auf Synchronisieren. Alle Miniaturen mit Stichwörtern zeigen jetzt dieses Stiftsymbol. Und hier bei dieser Miniatur sehen Sie noch ein weiteres Symbol, eine Stecknadel. Denn dieses Bild entstand mit dem Handy und das Handy war so eingestellt, dass es innerhalb der Bilddatei GPS-Positionsdaten sichert, also Breiten- und Längengrad. Die Stecknadel zeigt mir an, dass dieses Bild GPS-Daten enthält. Ich kann jetzt direkt auf die Stecknadel klicken oder hier rechts oben auf Karte. Schon erscheinen meine Bilder auf der Landkarte. Die stelle ich jetzt hier links unten auf Satellit um. Einige Bilder entstanden ja mit der großen Kamera und die haben noch keine GPS-Positionsdaten. Die GPS-Werte lassen sich hier im Karte-Modul aber leicht nachtragen. Um mehr zu erkennen, ziehe ich den Filmstreifen zunächst etwas größer. Dann suche ich mir ein paar Bilder ohne Stecknadelsymbol, also ohne GPS-Eintrag. Und ziehe sie auf der Karte an den Aufnahmeort. Schon erhalten Sie die passenden GPS-Einträge. Ich schalte jetzt mit der Taste G wieder in die Rasteransicht mit den Miniaturen. Unten den Filmstreifen blende ich ganz aus. Und wenn Sie jetzt rechts das Metadaten-Bedienfeld wieder auf Standard umstellen, dann sehen Sie die GPS-Daten der neu verpositionierten Bilder auch hier. Und jetzt ein wichtiger Hintergrund. Lightroom Classic sollte Ihre Textnotizen nicht nur in der eigenen Lightroom-Datenbank sichern, sondern auch direkt in den Dateien selbst oder direkt neben den Dateien selbst. Nur so können Sie Ihre Bilder samt IPTC-Texten unkompliziert weitergeben und Sie verlieren nichts, falls Sie ohne Lightroom arbeiten wollen. Wählen Sie also Bearbeiten, Katalogeinstellungen, Metadaten. Hier verwenden Sie die Option Änderungen automatisch in XMP sichern. So schreibt Lightroom Ihre Texte automatisch auch direkt in JPEG-Dateien und in DNG-Raw-Dateien hinein. Bei anderen Raw-Dateien wie CR2 oder NEF entsteht stattdessen eine kleine, separate XMP-Textdatei pro Bild. Das ist auch okay. Dieses automatische XMP-Speichern in den Dateien kostet manchmal zu viel Rechenzeit. Darum können Sie die Option hier auch abschalten. So speichert Lightroom Ihre Textnotizen zunächst nur in der eigenen Datenbank. Das geht schneller. Wählen Sie aber unbedingt nach dem Verschlagworten alle Bilder mit STRG-A aus, so wie hier, und gehen Sie auf den Menüpunkt Metadaten Metadaten in Datei speichern. Auch so schreiben Sie Ihre Texte in jedes einzelne Bild oder direkt neben jedes einzelne Bild. Das darf man nicht vergessen, denn sonst schlummern Ihre Begriffe ausschließlich in den Tiefen der Lightroom-Datenbank und sind bei einem Crash Fujikato. Achten Sie darum auch hier rechts auf die Anzeige Metadatenstatus. Hier steht momentan aktuellster Stand und so soll es sein. Damit brauchen wir den besagten Befehl Metadaten in Datei speichern momentan nicht. Ich wähle alle Bilder mit diesem Menübefehl ab und nun markiere ich dieses Bild zum Bearbeiten. Dann klicke ich oben auf Entwickeln. Damit geht's zur Fotokorrektur. Gut zu wissen, wie auch immer Sie ein Bild in Lightroom-Klassik ändern, alles lässt sich verlustfrei mit einem einzigen Klick zurücksetzen. Egal ob JPEG oder RAW-Format. Auch wenn Sie Rand abschneiden oder Personen wegretuschieren. Der Originalzustand bleibt immer im Hintergrund erhalten. Rechts sehen Sie zuerst das Grundeinstellungen-Bedienfeld mit den wichtigsten Reglern für Kontrast, Farbe und Schärfe. Alle Regler stehen noch auf 0 in der Neutralstellung. Mein erster Klick geht nun hier rechts auf Automatisch. Diese automatische Kontrastkorrektur verbessert unser Bild bereits. An den geänderten Reglerwerten erkennen Sie es. Lightroom hat hier die Lichter abgesenkt und Tiefen angehoben. Das bringt mehr Zeichnung in helle und dunkle Bereiche. Das lässt sich nach Belieben weiter verfeinern. Ich hebe hier noch die Werte Klarheit und Dunst entfernen. Dann schalte ich hier rechts zum Werkzeug Bereichsreparatur und übermale die störende Regenrinne links. Lightroom zaubert sie weg. Ich klicke erneut auf das Werkzeug Bereichsreparatur rechts, um wieder mit den Reglern zu arbeiten. Um vorher und nachher nebeneinander zu sehen, drücke ich jetzt das Y und nun zeige ich nur meine aktuelle Bearbeitung wieder mit dem Y. Nun wechsle ich mit der Taste G wieder in die Miniaturenansicht, in die Rasteransicht. Mit der Plus-Taste vergrößere ich die Bilder etwas. Dieses Bild hier links haben wir gerade bearbeitet und es zeigt jetzt erstmals dieses Plus-Minus-Symbol. Das heißt, wir haben Kontrast, Farbe, Schärfe und oder Perspektive angepasst. Hier oben sind ja noch ein paar ähnliche Bilder aus derselben Serie. Die könnten in etwa dieselbe Korrektur gebrauchen. Diese weiteren Aufnahmen bearbeiten wir jedoch nicht einzeln wie zuvor. Stattdessen übertragen wir die Korrektur der ersten Aufnahme auf die weiteren ähnlichen Fotos. Das erste, korrigierte Bild ist ja schon aktiviert. Ich drücke Steuerung oder Command-Taste und klicke nun ähnliche Aufnahmen an, welche dieselbe Korrektur erhalten sollen. Dann klicken Sie rechts unten auf Einstellungen synchronisieren. Nun erscheint erst noch dieser Dialog. Hier entscheiden Sie, welche Änderungen Sie tatsächlich von der ersten Datei weitergeben. Wie gewünscht sind die Änderungen unter Basis Tonwert und Farbe aktiviert. Die Kontrast- und Farbänderungen werden also übertragen. Die Retusche per Bereichsreparatur wird dagegen nicht übertragen. Sie ist abgewählt. Und das ist auch gut so, denn nicht in jedem Bild gibt's eine Regenrinne links oben, die man wegretuschieren will. Jetzt klicke ich unten rechts im Dialog auf Synchronisieren. Damit erhalten die weiteren Aufnahmen ihre Korrekturen von Bild 1. Und um jetzt sämtliche Änderungen bei Kontrast, Schärfe und Retusche wieder auf 0 zurückzusetzen, wählen Sie Foto Entwicklungseinstellungen Zurücksetzen. Damit sind die Bilder wieder so blass wie zuvor und hier links ist auch wieder die Regenrinne, die wir vorhin schon retuschiert hatten. Jetzt zum Schluss gehen wir noch mit den Bildern online. Zunächst verkleinere ich die Miniaturen mit dem Regler hier unten. Ich blende die rechte Bedienfeldleiste aus und die linke Bedienfeldleiste ein. Sicherheitshalber klicke ich oben links auf den Lightroom Schriftzug. Falls noch erforderlich, aktivieren Sie dort mit Lightroom synchronisieren. Damit wird aber wohlgemerkt noch nichts hochgeladen und Sie können auch nicht einfach den ganzen Ordner hochladen. Vielmehr müssen Sie eine Sammlung anlegen. Ich klicke also links im Bibliothekmodul neben der Bedienfeldüberschrift Sammlungen auf dieses Pluszeichen und dann auf Sammlung erstellen. Wir erzeugen hier die neue Sammlung Frühjahr auf dem Land ohne Dativ-E natürlich und nutzen gleich auch die Option mit Lightroom synchronisieren. Hier ist die neue Sammlung bereits und weil wir zuletzt diese vier Bilder ausgewählt und nicht wieder abgewählt hatten, sind Sie gleich mit in der Sammlung gelandet. Nun gut. Diese neue Sammlung kann bei Bedarf Bilder unterschiedlichster Ordner aufnehmen. Dabei werden die Bilddateien nie kopiert oder verschoben. Sie werden nur neu angezeigt. Das ist ideal, um Druckprojekte und Präsentationen vorzubereiten. Und diese Sammlung hier ist, wie vorhin gewählt, synchronisiert. Das heißt hier, die Sammlung lässt sich auch online und auf anderen Geräten sichten und korrigieren, sofern Sie sich mit Ihrem Adobe-Namen anmelden. Die Fotos erscheinen dann stets tagesaktuell auf allen verbundenen Geräten und im Netz. Ich wechsle hier links wieder zu meinem bekannten Ordner 2020 Frühling. Ich ziehe Bilder, die ich online brauche, nach links ins Sammlungen Bedienfeld. Exakt über die neue synchronisierte Sammlung Frühjahr auf dem Land. Diese Bilder stehen sofort online zur Verfügung. Sichtbar zunächst nur allein für Sie. Hier oben links meldet Lightroom dass die Bilder gerade hochgeladen werden. Und jetzt haben Sie unter anderem diese Möglichkeiten. Öffentliche Internetgalerien mit den Bildern Ihrer Sammlung. Ihre Bilder online im Browser bearbeiten. Oder Ihre Bilder mit Lightroom CC am Handy oder Tablet sichten, bearbeiten und teilen. Also, wie entsteht eine öffentliche Galerie mit den Bildern aus der Sammlung. Klicken Sie wieder links unten im Sammlungen Bedienfeld auf die Sammlung Frühjahr auf dem Land. Wir sehen also die Sammlung und nicht den Ordner. Dann klicke ich rechts oben auf Als öffentlich einstellen. Links neben dieser Sammlung zeigt Lightroom nun eine Internetadresse. Ich klicke diese Internetadresse mit rechts an und kopiere die Adresse. Per Mail gebe ich diesen Link zur Online-Galerie an meine Bewunderer weiter. Der Rechtsklick erlaubt mir auch, die Galerie gleich im Browser zu zeigen. So erscheint sie also. So sehen meine Bewunderer die Galerie. Die Bilder lassen sich online durchblättern, liken und mit einer kostenlosen Adobe ID auch kommentieren. Ich schließe den Browser und bin wieder in meiner Sammlung in Lightroom Classic. Klicken sie in der Sammlung rechts oben auf als Privat einstellen. Nun kann kein anderer die Bilder sehen. Der Link von vorhin wird ungültig. Die Fotos bleiben online, aber nur für sie allein. Wollen sie ihre Fotos online bearbeiten, wählen sie im Internet Browser lightroom. adobe.com und melden sie sich mit ihrer Adobe ID an. Öffnen sie ein Einzelfoto und klicken sie oben links auf dieses Foto bearbeiten. Nun stehen fast alle Lightroom Korrekturen zur Verfügung. Die Änderungen erscheinen verlustfrei auf allen verbundenen Geräten. Ich minimiere den Browser und zeige wieder meine Sammlung an. Und hier ist das Bild, das ich gerade online im Browser korrigiert und zugeschnitten habe. Es zeigt jetzt auch direkt im Programm Lightroom Classic das Zuschneiden Symbol. Es erscheint aktualisiert auf allen Geräten und im Web. Es lässt sich aber auch jederzeit verlustfrei wieder aufs Original zurücksetzen. Und am Handy oder Tablet nutzen Sie die Lightroom CC App. Sie zeigt Ihnen alle synchronisierten Bilder, also hier alle Bilder aus der Sammlung Frühjahr auf dem Land. Die Aufnahmen lassen sich auch hier bearbeiten und verschicken. Hier sind wir wieder in Lightroom Classic auf dem PC. Hier links neben der Sammlung Frühling auf dem Land gibt es ja dieses Kästchen mit einem Blitz darin. Es signalisiert, dass die Bilder synchronisiert werden. Sie stehen also online zur Verfügung. Entweder nur Ihnen oder nach einem weiteren Schritt allen, die den Link von Ihnen erhalten. Ich möchte jetzt diese Sammlung Frühling nicht weiter synchronisieren und damit auch Platz auf meinem Adobe Online Konto freigeben. Darum klicke ich einfach in das Kästchen. Lightroom zeigt dieses Dialogfeld und damit gibt es die Bilder nur noch auf den lokalen Geräte speichern. Nicht mehr online in meiner Creative Cloud bei Adobe. Weder öffentlich noch privat für mich allein. Hier links unten sehen Sie noch die schon vorhandene Sammlung Österreich. Dort ist das Kästchen links neben dem Namen leer. Die Sammlung ist also momentan nicht synchronisiert. Die Bilder sind nicht online. Ich klicke jetzt in das Kästchen um diese Sammlung neu zu synchronisieren. Der Blitz erscheint und Lightroom lädt die Bilder in meine Creative Cloud. Die Bilder aus dieser Sammlung kann ich nun also auf allen verbundenen Geräten und im Browser und im Handy bearbeiten und präsentieren. Das war ein kurzer möglicher Arbeitsablauf in Lightroom Classic. Ich hoffe es hat was gebracht und ich bleibe Ihr Heiko Neumeyer.